Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werdet ihr wieder ein Highlight-Video sehen und zwar von einem Solo-Plattform-Cash Cup. Im Hintergrund ist noch mein Freund zu hören, mit dem habe ich das im Prinzip zusammen im Discord gespielt. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ich die Videos gefallen, dass ihr ein Abo da lasst, ist kostenlos und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Und dann erreichen wir vielleicht auch demnächst mal die 200 Abonnenten, wäre auf jeden Fall super nice. Außerdem lasst gerne Bewertungen und Kommentare hier unter dem Video da und teilt dieses Video mit euren Freunden und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ah, ehrenwert. Boah. Wichtig. 700 Metz nur noch. Das fackt mich halt so ab, ne? So, ich geh. Mein Gegner hat ne Tag. Ich hab ne Sniper. Schon drei Runden so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Was ein Snipe. Geht schon, Bro. Perkstz din Metz. Oh, ich hab keinen Metz mehr. Es war einer im Busch drin. Ich muss als erster im High-Ground sein. Oh, er hat einen 23er. Noch einen Shot. Noch einen Silver. Boah, ich geh gleich erst mal richtig fett kacken. Hoffentlich warst du jetzt grad nicht im Fight. Oh, ich bin im Fight. Na toll. Och, nö. Haha, was ist denn da, Alter? Okay, war gar kein Bond, aber kackt. Ist okay, oder? Oh, ich hatte den Left-Peak. Ist das aber kackt? Nein, das gewinnst du. Ich vertraue auf dich. Wenn ich den Right-Peak gehabt, wärst du zumindest mehr Damage geworden. Oh mein Gott. Ich hab mir grad für vier HP ein Big Pot getrunken. Weil ich grad auf Discord war, so halb, hab ich dann nicht wirklich drauf geachtet, was ich ingame mache. Und dann auf einmal seh' ich so Big Pot, denk mir und denk nicht so wirklich nach, trink ihn einfach. Hab' ich halt echt nur Minis gefunden. Ich dachte, ich brauch ihn auch, aber ich brauch ihn. Ach, du ja. Aber Eiskönigin kann... Das ist ein toller Film. Kennst du den Film, Lars? Nein. Hast du den schon geguckt? Oh, du bist ja. Ich musste den mal mit meiner kleinen Schwester gucken. Und weißt du was? Heute, ne? Du kommst abschrippend, welchen Film du guckst. Dadurch? Du bist jede Runde Lazy gegangen. Oh! Highbound. Was ist das? Warum? Oh, ich hab ihn hittet. Nein, das stand doch schon vorher. Ich hab das andere, so nur, was ich da hingepackt hab. Das blaue. Oh! Er hat mir einen Headshot erst mal instant gegeben. Nein, er hat den Kill mir abgestaubt. Danke. Das ist das. Oja- ний Headshot. Das war so. Du machst das? Okay. Oh. 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 Lass mir das Mac-Git durchdrücken. Herr Lars? Ja. Was hältst du eigentlich davon, wenn du irgendwie deine Highlighter-Dios kürzer? Oh! Wichtig, wichtig, wichtig. Wurde ich gerufen? Nein. Okay. Hier machen wir nach. Oh, ich hätte jetzt schon zwei Kills. Oh, nee. Nee, 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 nee. Er trifft mich dreimal. Dreimal mit einer Pistel aus drei Kilometer. Ich bin tot. Digga, das war's doch. Nach der letzten 11K Runde. Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal Schere, Stein oder Papier. Oh, irre. Er hat 15 AP. Stellungskick. Stellungskick. Ich check's nicht. Oh, Digga. Irgendwie hätte ich halt voll Bock an den auch verlor. Nein! Millimeter neben seinem Kopf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.